Hallo allerseits und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Spaß im Glas. Heute möchte ich euch das Feierabendbier der Brauerei Zweinitz vorstellen. Die Zweinitz der Brauerei im Erzgebirge gibt es seit 1997. Das Feierabendbier kommt röstmalzig und hopfisch bitter im Geschmack, mit einer kupferroten Farbgebung daher, mit einem Alkoholgehalt von 4,9% und einem Stammwürzegehalt von 12,2 Grad Blattow. Bevor ich jetzt allerdings mit euch auf den Feierabend poste, möchte ich euch gerne eine Frage beantworten, die mir neulich gestellt wurde. Was ist ein Schankbier? Das deutsche Biersteuergesetz unterscheidet in drei Kategorien, die sich nach der Stammwürze richtet. Ein Schankbier hat einen Stammwürzegehalt von 7 bis 10,9 Grad Blattow, findet sich wieder in den leichten bzw. alkoholfreien Bieren. Ein Vollbier hat einen Stammwürzegehalt von 11 bis 15,9 Grad Blattow, Pilsner, Vollbiere, alles darin enthalten. Zu guter Letzt ein Schalkbier, Bockbier, India PLE, ab 16 Grad Blattow, alles enthalten. Und nun, Prost, Teuerung!